Mit Leute und herzlich willkommen bei diesem Video. Und zwar haben wir heute den 16. Dezember. Das heisst wir machen heute das 18. Dezember auf. Ja und zwar hat es den Weihnachtsmann verwischt. Wo es rieblich laut wird. So, schauen wir mal was drin ist. Oh, das Häuschen und Schokolade. Das ist aber nice. Oh, und es fühlt sich noch einfach. Es fühlt sich. Ups. Ja. Nice, nice, nice. Geil. Ich hoffe es hat euch gefallen. Like und abonnieren nicht vergessen. Bis dann.